Weißt du, ich fühl mich dir gerade sehr, sehr nah. Ach ja? Ja. Das ist doch schön. Ja, das ist es. Wirklich. Woran liegt das, meinst du? Vielleicht, weil wir gerade so viel Zeit zusammen auf so engem Raum. Ja. Vielleicht. Weil wir mehr reden und mehr schweigen. Miteinander. Ja. Vielleicht auch das. Mhm. Fühlst du dich mir gerade auch sehr nah? Nein, eigentlich nicht. Du nervst mich eher gerade sehr. Ach ja. Woran liegt das, meinst du? Vielleicht, weil wir mehr reden? Auf so engem Raum? Mehr schweigen miteinander? So viel Zeit? Ja, vielleicht. Mhm. Weißt du, was ich denke? Nein. Nein. Weißt du es wissen. Wie willst du es wissen? Nicht unbedingt, aber du willst es sagen. Das reicht vielleicht. Ja, wahrscheinlich. Dann sag es halt auch. Ich habe den Eindruck, ich rede in letzter Zeit wieder öfter mit mir selbst. Ach ja? Ach ja? Ja. Und ist das schlimm? Ich glaube nicht. Was meinst du? Ich weiß es nicht. Das musst du selber wissen. Wahrscheinlich hast du recht. Mhm.